Ich mach heute morgen das Pflaster ab und ich denk, mich poppt ein Nashorn. Gibt's ein Problem? Ein Problem. Ob das ein Problem gibt? Was ist denn das? Ein Blumentopf. Sieht ja nicht schlecht aus. Ich hab aber keinen Blumentopf bestellt, sondern einen Totenkopf. Ich kann mir nur anbieten, dass wir vielleicht auf meine Kosten ein Tattoo-ähnlicher Preisklasse an die andere Seite... Hör mal zu. Mein Rücken ist keine verpisste Blümchentaste.